Mein Name ist BC-Astabell und ich bin Moderator auf Bananaclub.de Denn für euch habe ich für Neujahr eine Verlosung. Und zwar könnt ihr für den ersten Platz einen Spawner und drei Beacons gewinnen und für den zweiten Platz sogar neun Beacons. Das alles wird per Random Picker ausgewählt und das Video wird auch am 1.1. verfügbar sein. Die Gegenstände werden dann natürlich auch die Signatur vom 1.1. haben. Das wird der Neujahrs-Spawner und die Neujahrs-Beacons. Ich freue mich, wenn ihr daran teilnehmt und wünsche ich jedem viel Glück. Das war es doch schon.